Herzlich willkommen, dass du da bist. Wir machen das in Interviewform und haben so ein paar Eindrücke von Marco Polo, wobei Marco Polo an sich kennt jeder. Aber vielleicht kannst du kurz mal zum Hintergrund, vielleicht zu deiner Person und auch zu Marco Polo selber sagen, wo steht ihr momentan? Ja, Marco Polo, wahrscheinlich den meisten ein Begriff als Fashion Brand, ist eine Premium Fashion Marke, vor genau 50 Jahren mal in Schweden gegründet, aber seit vielen Jahren ein deutsches Unternehmen im schönen Stefanskirchen bei Rosenheim. Im Recruiting sage ich immer ganz gerne im Süden von München, das funktioniert ein bisschen besser. Wir machen so 450 Millionen Euro Umsatz, sind in über 30 Märkten aktiv, aber mit einem starken Fokus nach wie vor eigentlich auf den deutschsprachigen Märkten. Und in vielen Kanälen aktiv, sowohl Wholesale als auch eigener Retail, online wie offline und Plattformgeschäft. Und ich selbst bin seit drei Jahren da, bin vor drei Jahren von Zalando damals zu Marco Polo gegangen, um das Digitalgeschäft aufzubauen. Und daran arbeite ich heute eigentlich auch noch. Das macht es natürlich für uns besonders spannend, weil du dann beide Brillen auf hast, also früher mal Beratung im früheren Leben, aber auch in der Startup-VC-Szene verankert. Also du hast im Prinzip so den kompletten Blick auf alles und dann eben bei Zalando in der starken Wachstumsphase oder auch noch frühen Wachstumsphase, muss man jetzt ja fast sagen, und dann mit dem Wissen quasi zu einem etablierten Market zu gehen, da jetzt, und du bist ja als Geschäftsführer für die ganzen digitalen Themen und Bereiche verantwortlich. Wo steht Marco Polo unter digitalen Gesichtspunkten momentan? Also ich glaube wahrscheinlich genau da, wo ganz, ganz viele andere Fashion-Branchen, Fashion-Companies auch stehen, vielleicht mit etwas anderen Schwerpunkten. Wir haben relativ lange schon eigenen E-Com, wir arbeiten noch relativ lange schon im klassischen Wholesale mit Multi-Brands zusammen. Haben vor drei Jahren angefangen, sehr viel von der Online-Kompetenz, der Digitalkompetenz zunächst im Vertrieb in-Haus zu holen. Das heißt, wir haben uns eigene Online-Marketing-Leute, eigene Developer, eigene BI-Leute ins Haus geholt, um einfach die Kompetenzen im Haus zu stärken. Wir sind vor zwei Jahren gestartet, gut zwei Jahren mit diversen Multi-Channel-Ansätzen, verschiedene Lösungen, die der Kunde bei uns nutzen kann, um eben sich Dinge klassisch klicken, collect oder im Laden zu bestellen. Schicken zu lassen, wenn sie ausverkauft sind, erleben da auch, glaube ich, ähnliche Herausforderungen wie viele andere, die das tun. Und sind seit zwei Jahren auch dabei, dass wir eben versuchen, diese Wholesale- und Retail-Welt stärker zusammenzubringen, indem wir eben zusätzlich noch auf Plattformen aktiv sind, wo ein Teil der Zusammenarbeit gerade in Form von Akquise und von Partnerschafts-Agreements im Wholesale-Team stattfindet und dann eigentlich der ganze Teil dahinter, also Versand an den Kunden und zur Verfügung stellen der Ware des ganzen Bestands, eigentlich im Retail-Team läuft und versuchen, da eben die Themen stärker zusammenzuführen. Da würde ich gerne zum Einstieg auch bleiben, genau bei diesen Themen. Also wie viel Wholesale, wie viel Direktvertrieb, wie viel Plattform, Marktplatz, wo beißt sich das? In der Regel ist es ja wirklich auch schwierig, dann vertriebsseitig, gibt es ja da Rangeleien innerhalb von Markenherstellern. Also was sind da eure, also die Stammbeine habt ihr alle, aber welche Priorisierung genießen die? Also ich glaube, zunächst mal, was bei uns erstmal geholfen hat, ist, dass wir den Online-Teil einfach zusammengefahren haben. Sowohl Retail als auch Wholesale liegt in einer Hand. Das heißt, wir haben eigentlich nicht diese Diskussion, wer bekommt jetzt den Umsatz oder entscheidet, welche Teile da angeboten werden oder nicht. Das hat einfach geholfen, um ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen und die Themen relativ schnell an den Start zu bringen. Schwerpunktmäßig ist es eigentlich schwer zu sagen, weil aus meiner Sicht haben die verschiedenen Kanäle unterschiedliche Daseinsberechtigungen und auch Unterschiede, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die einzelnen Kanäle Sinn machen. Wir sehen in unserem eigenen Online-Retail sehr stark, dass wir eben loyale Bestandskunden der Marke bedienen, haben teilweise Bestandskunden und Teile von über 70 Prozent in einzelnen Ländern. Das sind Kunden, die kaufen häufig bei der Marke, die haben auch in ihrem gesamten Relevant Set, das wissen wir aus Kundenbefragungen, weniger Marken, die sie per se kaufen würden und sind tendenziell eher in Monobrandshops unterwegs. Während du auf einer reinen Multi-Brand, egal ob Plattform oder Wholesale-Seite, sein musst, wenn es einfach nur darum geht, bei Kunden präsent zu sein, die in deinem eigenen Monobrandshop gar nicht finden würden. Wenn ein Kunde ein Use Case hat und sagt, er möchte eine Jacke kaufen, hat vielleicht acht bis zehn relevante Marken, die in Frage kommen und erbräust eine Jackenkategorie bei Zalando, dann musst du halt da präsent sein. Das ist aber ein anderer Use Case und eine andere Form, den Kunden zu bedienen, als wenn du es im eigenen Retail machst. Und der Plattformteil, wenn du also sagst, du bindest deinen eigenen Stock an, ebenfalls bei einer Multi-Brand-Plattform, der funktioniert zum einen als Ergänzung zum Wholesale, das machen wir bei Zalando ganz stark, wo du eben sagst, du bietest zusätzliche Tiefe oder mehr Teile an, die Zalando in der Form nicht hat, um eben Umsatz mitzunehmen, der dir sonst entgehen würde. Oder aber auch, wenn du sagst, du gehst zu einem neuen Retailer, wo du vielleicht im Wholesale-Geschäft nur, sagen wir mal, sehr kleines Business, auch nur eine sehr kleine Auswahl fahren würdest von Anfang an und sagst dann, ich biete quasi direkt 1000 Artikel an oder 500 Artikel an, alle einfach nur über das Plattformmodell, ich habe keinen einzigen Artikel vor Ort liegen und kann so viel schneller schauen, ob das funktioniert und gucken, was ich überhaupt für ein Potenzial bei so einem Händler habe. Also immer, je nach Kanal, unterschiedliche Gründe, das zu tun. Also das ist wahrscheinlich auch die Kunst dabei, dass man das alles so, also erstmal strategisch sich natürlich ausdenkt, aber dann auch so trackt und genau damit auch arbeitet und das nutzt. Genau, in der Theorie ist das so. Natürlich ist vieles auch historisch gewachsen. Also wir sind traditionell online relativ stark im eigenen Retail, haben Wholesale ein Stück weit später auch erst gestartet, aber idealerweise machst du natürlich diese Gedanken vorher und schaust, wozu brauche ich den Kanal und wie kann ich dann das optimal ausspielen. Ist, ja, also wenn du sagst, du hast es später gestartet, Wholesale, aber die lukrativere Variante, sage ich jetzt mal ganz platt, müsste ja für euch Wholesale sein. Also da habt ihr im Prinzip, also das gelernte Prinzip und im Prinzip die, ja, oder auch nicht. Ja, also kommt darauf an, ist die Antwort wahrscheinlich. Du hast im eigenen Retail natürlich die komplette vertikale Marge, die du mitnimmst. Gleichzeitig hast du aber eben andere Kosten, die mit der Transaktion verbunden sind. Das heißt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Fulfillment steckt dahinter und am Ende vor allen Dingen, wie teuer ist die Traffic-Aquise für die einzelnen Bestellungen. Wholesale ist natürlich für eine Company, die traditionell stärker aus dem Wholesale kommt und wir sind da immer noch mit zwei Dritteln im Wholesale auch vertreten, stark auch stationär geprägt, ist natürlich das Business, wo, sagen wir, die Prozesse etablierter sind und wo du sozusagen auch online einfacher in das bestehende Stationärgeschäft integrierst. Online-Retail ist halt eine völlig andere Nummer als Stationär-Retail. Online-Wholesale ist am Ende auch Verkaufen an einen Händler im ersten Schritt. So smart ich ja die Zalando-Lösungen zum Beispiel finde, so frage ich mich dann immer, also als Zalando, es macht vieles sehr großen Sinn, was sie machen, Plattformstrategie, Auslagerung und Direktanbindung und alles. Da frage ich mich immer, was treibt Marken, das zu machen? Also wenn man zum Beispiel jetzt schon im Wholesale da drin ist und Zalando da einkauft quasi, dann zusätzlich noch sich auf Plattformen, Marktplatz etc. einzulassen. Ja, haben wir uns auch gefragt, das ist sehr relevant. Für uns macht es deshalb Sinn, weil wir sehen, dass uns aktuell diese Möglichkeit über Plattformen, und Plattformen ist ein kleinerer Teil als Wholesale, wird auch ein kleinerer Teil bleiben, die Möglichkeit, dieses Zusatzgeschäft über Plattformen zu generieren, gibt uns eigentlich wieder eine Möglichkeit, auch im Wholesale zu wachsen. Weil im Idealfall machst du im Vergleich zu Plattformen in so einem Multi-Brand-Kontext mit Wholesale wahrscheinlich die einfacheren Margen. Und im Idealfall lernst du halt aus dem Plattform-Modell, was hätte ich denn besser mal anders verkauft oder auch eingekauft aus einer Zalando-Sicht, um eben Wholesale-Potenzial einfach zu identifizieren. Und das hat bislang gut geklappt, wir machen es seit zwei Jahren. Ob das dauerhaft so weitergeht, wird sich zeigen. Aber solange das funktioniert und du sagst, es kannibalisiert sich nicht, sondern du schaffst eigentlich mehr Optionen für Wachstum oder lernst, sagen wir mal so, lernst mehr, wo du hättest wachsen können und zukünftig wachsen kannst, macht das Sinn. Wie nehmt ihr diese ganzen Angebote von Zalando wahr? Also jetzt Plattform ist das eine, aber auch Brand Solutions und Vermarktungsmöglichkeit innerhalb der Zalando-Welt. Also grundsätzlich gibt es da einen riesen Blumenstrauß an Themen. Wir schauen uns halt an, was für uns speziell Sinn macht. Ich glaube, wichtig ist als Marke die Frage, wie stark ist wirklich dein eigener Direct-to-Consumer-E-Commerce. Wenn der nicht so etabliert ist oder es gibt auch Marken, wo der gar nicht etabliert ist, dann hast du natürlich viel mehr Bedarf an solchen, ich würde fast schon sagen, Full-Service-Solutions, wie sie das Land oder anbietet. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir setzen vor allen Dingen eben auf das Partnerprogramm. Wir arbeiten natürlich auch wie mit allen anderen Händlern, wo wir großes Geschäft mit machen, mit Marketing-Themen zusammen, aber das machst du auch stationär genauso. Und was bei Zalando für uns speziell noch sehr spannend ist, ist halt das ganze Thema Offline-Integration, Store-Integration. Da fahren wir jetzt die ersten Tests, um zu schauen, wie stark uns kann es auch die Zalando-Plattform helfen. Ich will gar nicht sagen Traffic im ersten Schritt, sondern im ersten Schritt einfach Transaktionen auch in die Stores zu bringen, die halt da sonst nicht wären. Das heißt, ihr steht dem grundsätzlich positiv gegenüber und seht das eher als Chance, dass man sagt, da kann man Dinge neu ausprobieren, andere Konstellationen oder so. Also man sagt, erst mal blockt, nee, da geht uns das Geschäft an, da werde ich irgendwie verflöten. Genau, also das ist immer die Frage. Ich glaube, wir sind ja schon als Riesenchance. Man muss es differenziert betrachten. Also es ist nicht das gesamte Geschäft, was wir ausschließlich über Plattformen anbinden, sondern mir ist auch wichtig, dass wir einen USP für den eigenen Retail behalten, sei es jetzt produktseitig oder sei es contentseitig, dass du sagst, warum sollte der Kunde auch noch in den eigenen Online-Shop gehen und da einkaufen, weil natürlich du dich nicht komplett abhängig machen möchtest von einem Kanal, aber Stand heute sind da zumindest genug Opportunities noch da, um zu wachsen, ohne dass du jetzt direkt die anderen Kanäle kanibalisierst. Aber lass uns genau da mal bleiben, bei dem Direct-to-Consumer. Wir haben den eigenen Online-Shop und es ist durchaus nicht so, dass ihr den jetzt vernachlässigen wollt, sondern im Gegenteil, wie seid ihr da aufgestellt? Du hast ja gesagt, den gibt es jetzt schon länger als andere. Wo steht ihr und wo geht es da hin? Also der eigene Online-Shop, das ist eigentlich, du hast ganz andere Möglichkeiten, wenn es erstmal um das reine Umsatzthema geht. Du hast eigentlich als Monobrand deutlich weniger Möglichkeiten als Multibrand, weil beim Monobrand bist du sehr stark abhängig davon, wie ist gerade der Bekannteinsgrad, die Begehrlichkeit der Marke. Kannst du auch übersetzen fast schon in Suchvolumen, weil am Ende ist der Großteil des bezahlten Traffics Search und ist vor allem Brand-Search-Traffic. Da ist der Traffic, der über generische Keywords oder Post-Traffic kommt relativ, oder nicht relativ, funktioniert eigentlich gar nicht, der konvertiert relativ schlecht. Das heißt, du musst eigentlich da versuchen, möglichst viel Kundenbindung und Loyalität aufzubauen, hast aber eben begrenzte Möglichkeiten zu skalieren, wenn nicht auch gleichzeitig die Bekanntheit der Marke mit skaliert. Das sehen wir ganz stark zwischen zwei Märkten, wenn wir in den Markt gehen, wie Deutschland oder Österreich, wo wir eine hohe Markenbekanntheit haben und gehen in den Markt, wo wir noch nicht so groß sind, dann sind die Potenziale natürlich deutlich begrenzter. Dann ist für uns ein wichtiges Thema, was sind eigentlich die USPs für den Kunden da einzukaufen? Also das eine ist ein bisschen Content, das ist immer schwierig zu greifen, wie man das jetzt in Erfolg oder Misserfolg übersetzt, aber eigentlich muss der Anspruch sein, und da sind wir mit unserem eigenen Shop noch lange nicht, dass der Kunde bei uns die besten Informationen zu Marco Polo Produkten findet, sowohl die emotionalisierenden Informationen als auch die Produktinformationen, also was Fit-Materialien anbetrifft und natürlich was auch generell die Auswahl gibt, also was gibt es an diesen Produkten, die muss im Onlineshop am größten, weil sonst ist es schwierig, da ein USP aufzubauen. Und das andere Thema ist, sortimentseitig ist immer stärker die Überlegung in die eigene Richtung, auch das sind wirklich Überlegungen, da sind wir noch nicht so weit, dass du auch Sortiment anbietest, was ein Stück weit exklusiv ist, zumindest exklusiv im Monobrand-Kanal ist. Das fahren wir jetzt zum ersten Mal diesen Sommer, wo wir eben eine Kapselkollektion mit Robbie Williams an Start bringen werden, das ist unser Testimonial jetzt für die 50 Jahre, und es wird eben diese Kapselkollektion nur in den eigenen Kanälen geben, wo du natürlich ganz stark auch einen Push erzeugen kannst, in diesen Kanal und einen Grund für den Kunden da reinzugehen und auch da zu kaufen, weil du findest es nicht so. Also da könnt ihr mal richtig testen, was geht und was die Marke hergibt jetzt in der Kombination. Genau, das ist natürlich ein Thema, das machst du jetzt im Zweifel nicht jedes Jahr, jedenfalls nicht bei einer Marke unserer Größenordnung, aber das ist eigentlich schon jetzt direkt der ultimative Test, ob das funktioniert. Ihr habt ja auch nicht jedes Jahr Jubiläum, also insofern ist es ja auch... Feiern gibt es immer, aber ja. Genau, ihr müsstet euch was einfallen lassen. Aber vielleicht auch mal da noch ein bisschen tiefer eingestiegen, ihr habt eigenes Lager, ihr verschickt aus einem eigenen Lager heraus, warum das? Also andere machen ja auch über Partnerlösungen oder... Also wir haben ein Third-Party-Lager, wir arbeiten mit Avato zusammen. Es ist ein dedicated E-Commerce-Lager und was sich da extrem geholfen hat, die letzten ein, zwei Jahre auch Wachstum zu forcieren, ist halt, dass du es schaffst, da möglichst viel Bestand aufzubauen, den du dann aber auch gleichzeitig für möglichst vielen Kanälen anbindest. Also kommend von einer Welt, wo wir einen Online-Shop in sechs Ländern hatten und du packst quasi in das Lager rein, was du glaubst, in die sechs Länder verkaufen zu können, sind wir heute in einer Welt und das innerhalb von 18 Monaten oder zwei Jahren, wo du 20 Länder angebunden hast, du hast mehrere Plattformen angebunden und du hast Filialen angebunden, die eben über Cross-Channel-Ware bestellen, die in der Filiale nicht da ist. Und damit brauchst du mehr Ware, du hast eine deutlich bessere Risikostreuung über die Kanäle und hast aber gleichzeitig auch viel mehr Umsatzpotenzial in den einzelnen Kanälen. Und da eine Möglichkeit zu finden, so einen zentralen, zumindest E-Com-Stock, ja, nächster Schritt wäre ein gesamtes Zentrallager zu haben, aber zumindest einen zentralen E-Com-Stock zu haben, den du auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig anbietest, da steckt unheimlich viel Umsatzpotenzial drin. Also das ist ja auch zum Beispiel was, das ist ja was, was Zalando propagiert. Also für die natürlich so ein bisschen als Vollback-Position, aber auch aus Chance heraus, dass man sagt man, oder Zalando zumindest dann auch über Trade-Byte zum Beispiel für die ganzen Marktplatzlösungen, dass man wirklich damit spielen kann und gucken kann und ein bisschen wirklich Risikominimierung betreiben kann. Also da seid ihr dann wirklich auch schon von der Denke sehr digital und Online-Chancen getrieben. Das versuchen wir da, ja genau. Also auch in der Zusammenarbeit mit einem Zalando ist das durchaus ein valider Punkt, dass man halt sagt, am Ende sind da eigentlich zwei große Lager und das Schlimmste wäre, man würde quasi in eine Order flöten gehen, weil man die nicht bedienen kann. Dann schaut man lieber vielleicht, welches Lager ist gerade irgendwie stärker in der Lage, das zu tun. Also in die Richtung geht es durchaus auch. Wo sind eigentlich die komplexesten Themen jetzt für euch so intern im Digitalbereich? Tatsächlich in dieser Prozess- und Logistikstruktur oder in der Online-Ansprache, Marketing und alles? Also ehrlicherweise geht es stärker fast schon in so gesamtunternehmerische Themen, wenn es um Komplexität geht. Also die, ich glaube, was gut funktioniert, eine Zeit lang ist so einen E-Com-Bereich irgendwie aufbauen, groß machen und da E-Home-spezifische Themen aufzubauen. Spätestens, wenn du in so einen Cross-Channel-Kontext kommst, wo du halt auch das Stationärgeschäft betrifft, wo du auch so, wo Bestandsthemen betroffen werden, zum Beispiel Bestand in der Filiale, wo es darum geht, eine hohe Datengenauigkeit zu haben, wo es darum geht, ganz andere Technologielösungen an den Start zu bringen. Spätestens da musst du halt schauen, dass du wegkommst von so einem, wir haben irgendwie eine E-Communit, da kommen wir Development und Business Intelligence und dann haben wir den Rest des Unternehmens und du musst schauen, dass du das zusammenbringst. Und da steckt eigentlich die größte Chance, aber auch Herausforderung, unternehmensweit Kernkompetenzen aufzubauen, die eigentlich so fairerweise als Marke oder auch als Händler vor fünf, zumindest vor zehn Jahren definitiv noch keine Kernkompetenz waren. Und da sehe ich gerade ganz stark das Thema Technologie, Inhouse, Kompetenz und Entwicklung und das ganze Thema Daten im weitesten Sinne. Also alles, was Richtung BI und Arbeiten mit Daten, Data-Warehouse-Strukturen geht, das ist so ein Thema, das ist ein ziemlich dickes Brett, was du dann bohren musst. Also die Ernsthaftigkeit wird ja dadurch deutlich, dass so jemand wie du geholt wird und jetzt innerhalb von Marco Polo quasi den Sprung oder diesen, also es ist gar nicht Sprung, ich hasse das Wort, aber die Transformation letztendlich hinbekommen muss. Ich glaube, wichtig ist, ich glaube fest stark daran, dass das total Sinn macht, auch so ein E-Comm-Team oder ein Digital-Team mitten im Unternehmen anzusiedeln. Ich glaube, uns hätte das nicht so geholfen oder würde es nicht so helfen, wenn du so ein Digital-Team irgendwo an einem fancy Standort aufbaust und da Experten holst, die du nur da bekommst, hast aber eine Riesendistanz zum Firmensitz, dann kannst du vielleicht mal ein, zwei Jahre da Gas geben, wird aber die Geschwindigkeit, der Unterschied in den Geschwindigkeiten immer größer und dann hast du immer mehr Probleme, das nachher zu integrieren. Und ich glaube, das ist bei uns, und das bin nicht nur ich, sondern das ist eigentlich jeder, der da neu dazukommt und Kompetenzen reinbringt, die es vorher nicht gab, das hilft enorm, wenn die eben auch am Standort sind und dabei helfen und mit dazu beitragen, dass das halt nicht auch außerhalb des ganzen E-Commerce- und Digital-Teams stattfindet. Das heißt, Stephanskirchen bei Rosenheim vor München ist quasi die Zukunft. Nach elf Jahren Berlin kommt mir das noch etwas schwer über die Lippen, aber danke, dass du es gesagt hast. Ja, man sieht ja, wen es da alles hinzieht. Also insofern Bayern. Letztes Thema, das ich noch ansprechen wollte, Brand und die Rolle von einer Marke. Ich meine, ihr seid jetzt eine etablierte Marke und bekannte Marke, auch in einem Segment, wo man wahrscheinlich ganz gut über die Marke agieren kann. Deine Einschätzung dazu, welche Rolle wird das spielen und wie könnte das forcieren und spielen? Ich glaube, am Ende ist das alles. Also das ist der einzige Grund, wenn du, also du brauchst ein gutes Produkt, aber vor allen Dingen brauchst du halt auch einen emotionalen Mehrwert für den Kunden, das Produkt dieser Marke zu kaufen. Wenn du das nicht hast und das baust du nicht einmal auf und dann ist es da, sondern du musst das pflegen und hegen, dann wirst du auch beliebig austauschbar, zum Beispiel auf einer Plattform. Dann kannst du auch Basic-Produkte an einer anderen Marke dahinter schalten und du wirst Commodity und verlierst eigentlich auch jegliche Macht und Möglichkeit, auf der Plattform erfolgreich zu sein. Und das Gleiche gilt für den eigenen Retail. Wenn du keine Marke hast, die eine gewisse Begehrlichkeit hat, die auch in irgendeiner Form für was steht, was der Kunde versteht und einen Grund dem Kunden gibt zu kaufen, dann wird es schwierig sein, da Traffic dauerhaft hinzubekommen und den auch zu halten. Also deswegen ja vermutlich auch die große Robbie-Williams-Aktion und dass ihr da einfach auch nochmal anders wahrgenommen wird. Das ist eine Maßnahme und das ist eine Riesenmaßnahme, klar. Ich glaube, es ist aber genauso wichtig, eben nicht nur über die großen Branding-Aktionen nachzudenken, sondern Branding findet auch da heute im digitalen Kontext viel kleinteiliger statt. Da geht es um kleinteiligere Themen, die aber trotzdem irgendwo dazu beitragen, diese Begehrlichkeit zu wecken, Vorzüge eines Produkts, einer Materialität hervorzuheben. Hört sich so einfach an, aber das ist am Ende das, wo du auch zum Beispiel ganz andere Content-Assets brauchst, wo du ganz anders auch aufgestellt sein musst, als vielleicht noch vor zehn Jahren, wo es darum ging, die eine fette Print-Anzeige für die Saison-Kampagne zu schalten. Da brauchst du ganz andere Assets aufführen. Komplexes Thema. Ich glaube, es ist aber deutlich geworden, was die Fragestellungen sind und auch, was ich bei dir immer sehr spannend finde, auch so die strategischen Überlegungen, die dahinter stehen und ob jetzt Marco Polo in jedem Punkt so weit ist, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, die Grundfragestellungen sind für jede Marke, gerade für etablierte Marken dieselben und ich glaube, man sieht auch die Chancen, die man hat und welches Selbstverständnis man entwickeln kann. Vielen herzlichen Dank für das Thema. Dankeschön. Vielen Dank.